In diese Richtung. Mal schauen was das ist. Das sieht wirklich wie ein Metreteneinschlag aus. Zwar ein bisschen halbiert, aber anders kann ich mich jetzt hier vorstellen. So ist eine komische Konstellation von den helltürkischen Punkten. Der Metretene ist ganz sicher runtergekommen. Wie weit noch? Ok, ähm, noch bist du da oben. Ich bin lieber einer Krippeblumen. Man muss mal aufpassen, wenn sie blühen. Also man kann ja ausweichen. Das ist der Meteorit. Ganz klar. Der war aber nicht sichtbar vor. Und es ist ein Feuer-Meteorit. Hallo Meteorit. Ich komme um euch auszuweiten. Diese Gereiche. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht mehr in die Tür. Wenn sie sich erlischt schon. Das ist nicht gut. Now the ice boat is circling. Schade, schade, das langt sich hier irgendwie gar nicht. Ja toll, zwei, wow. Sind die? Schade, schade. Das war glaube ich nur mal eine rote vor. Das ist ein bisschen langweilig, ich weiß, ich brauche diese roten Schäden. Für die Rüstungen. Schnell laufen und so, dass ich solche kann ja. Die starke Rüstung hält einfach mal irgendwie 40% vom Schaden ab. Das ist richtig Ope. Das erreicht jetzt. Nur zwei ausbreit. Ich muss mehr haben. Geh mal ein. Okay, schade. Da greift wahrscheinlich nicht weiter gerade. Doch, hier ist noch einer. Wenigstens noch einer. Okay, das reicht jetzt. Schade, schade. Und diese Krater, die wir immer machen. Völlig blöd. Ja, machen wir den hier. Machen wir einfach den tun. Also, ich weiß, dass diese Golems auch ein Peaceful überleben können. Aber wieso war Mantentum kein Golem? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Bug oder so. Oder war irgendwie runtergestürzt? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Schaffen wir das ein bisschen besser? Kommt drauf an. Wie das Spiel uns mag. Leder. Sand. So, Bogenlader, Tony, Arrow, Stone, Sky... Nein! Jetzt kommen die mit zwei Späten. Kohle kann man gebrauchen. Schade, das ist nicht das, was so stark ist, das ist schwer. Das würde jetzt viel mehr Damage machen. Aber ist doch auch irgendwie aus Enter oder so. Ist doch auch schwarz. Genau, ich habe gesagt. Hier, hier, hier. Das hier, das hier. Chocopedia. Ups. Das Loch habe ich nicht gesehen. Ohhhh. Ohhhh. Eine Schere. Aber Feueressenzen, sehr wichtig. Nicht mich aus dem Turm schmeißen. Oh Gott. Genau. Und alles hier rein tun. Ähm... Was... Irgendwas, was ich draußen lassen... Okay, lassen wir's. Muss man aufpassen, sonst ist man tot. Danke. Was unnahmend. Okay. Wir haben etwas, was unnahmend ist. Und auch kein Golem. Ja. Soul Reaper. Ach... Schaffen wir das? Was ist das? YOLO! Ich will die Golem schon töten, irgendwie. Ich bin einfach auf easy, aber dann ist es wieder die Gefahr, dass Creeper überall auftreten. Hm. Ah, ich habe ja nur auf easy wegen den Creeper. Gibt es hier... Nein, hier gibt es keinen Monster-Spawn-Mod. Kann man den ausstellen? Du bist ein dummes Skelett. Du bist ein dummes Skelett. So dumm. Du wartest bis ich unten... und der Sichtweite bin. Bei, 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 bei... Ah, klar. Ich habe Pe mayo über einen Skelett. Ich schaffe mich immer zu den Bust. Oh, okay. Okay. Komm schon. Hallo. Ja, toll.